Musik Die Stadtkapelle La litt jeden ersten Sonntag im August zum traditionellen Musikantenkehrtag. Gestartet wird dabei mit der Gestaltung der Heiligen Messe in der Stadtpfarrkirche. Musik Hier wurde auch die Lagerabschlussmesse des Pfarrkinderlagers gefeiert. Musik 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 Nach der Heiligen Messe wurde zum kulinarischen Teil des Musikantenkirtags beim Gerhard Kohler Musik heimgeladen. Die Stadtkapelle Lahr ist dabei für die Bewirtung der Gäste verantwortlich. Kühle Getränke und eine köstliche Speisenauswahl standen auch heuer wieder für die Besucher bereit. Als musikalische Gäste hatte man den Musikverein Falkenstein engagiert. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020